Hey Leute und ja, ich brauche euch. Es ist sehr, sehr wichtig. Ich habe ein neues Intro und ihr müsst mir dabei wirklich, wirklich helfen. Ich kann mich nämlich nicht entscheiden, welches Intro ich nehmen soll. Also, es werden jetzt gleich zwei Intros abgespielt und ihr sagt, ob ich Intro 1 oder Intro 2 nehmen soll, ja? Okay, euer Erosa HD, vielen Dank, schreibt es mir in die Kommentare 1 oder 2 und ja, vielen Dank an eure Hilfe. Erosa HD, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.